So, und da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuergrün. Ich mach mal eben den Sound an. So. Wir waren hier stehen geblieben. Ich musste gerade nochmal den Tal spielen, weil ein Problem festgestellt worden ist. Also wundert euch nicht, wenn die KP meines Tourtalks jetzt auf einmal anders sind als vorher. Ich weiß es damit nicht genau. Aber ist ja auch egal. Ja, wir sind hier jetzt in das Loch gegangen, weil Siegfried hier reingesprungen ist. Und hier sind eine Menge Pokébälle. Ich mach mal eben etwas leiser wieder. So. Und wir finden Top-Genesung. Das ist doch sehr schön. Und Siegfried sucht ein Drachen-Pokémon. Doch, so ist es richtig. Ein, ein Garados mit grünen Punkten oder sowas in der Art, hat er gesagt. Das heißt, hier wird noch ein Pokémon versteckt sein, außer dieses, wird das Buchstaben-Pok... Ach nee, das war das, ja, glaub ich. Doch, ich glaub... Ich glaub, das ist das, ja. Weil das sieht ja auch so aus. Da ist aber bei Siegfried... Ach, ich kann nicht mehr. Diese Treppen sind einfach zu viel für mich. Das heißt, du gibst auf? Nein, ich mach nur eine Pause. Ich mach nur eine Pause. Trotzdem werde ich das Garados vor euch finden. Weißt du eigentlich, ich bin gar nicht bei Team Schockett. Ich bin selber auf der Suche nach diesem Pokémon. Dann ist es dasselbe, okay. Dazu benötige ich halt die Mitgliedschaft, um die Siegestraße betreten zu können. Na, dann lass uns doch Team Schockett doch gemeinsam aufhalten. Klar, nichts wie los. So, dann gehen wir hier hoch. Das sieht schon ziemlich endmäßig aus, so als wenn jetzt was passiert. Und ich hatte recht. Da ist es, das angebliche Garados. Ah, nee, was, hä? Was ist das? Unser Buchstaben-Pokémon. Aber irgendwie ist es jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Ihr wolltet gar kein pinkes Garados mit grünen Sternchen fangen? Was? Nein, was sollten wir damit wollen? Dieses Pokémon ist viel mächtiger. Wir haben es erschaffen, aber wegen so einer blöden Trainerin ist es uns entkommen. Doch nun wird es wieder uns gehören. Nicht, wenn ich euch daran hindere. Sieht aus, als wärst du aber in der Unterzahl. Die Verstärkung ist bereits gekommen. Was? Nein, ich gehöre nicht zu ihrem Team. Was? Ein Verräter? Oh, was war ein Schrei. Es hat gar keinen Mund, es kann gar nicht schreien. Uh. Aha. Das ist Pokémon Blau. Grafik. Oh nein, das Pokémon fängt an, seine Umgebung zu löschen. Bald ist alles nur noch Datenmüll. Was haben wir nur getan? Was um alles in der Welt könnte so ein Pokémon aufhalten? Ich weiß nicht, dieses Pokémon ist zu mächtig, um von uns aufgehalten zu werden. Das müsste schon ein Gott sein, um gegen das Buchstaben-Pokémon anzukommen. Komm, ein Kaperdor. Wir brauchen also ein Kaperdor. Wetten? Wir brauchen ein Kaperdor. Ich seh's jetzt schon kommen. Gut. Aber egal. Ein Gott. Hm. Ich hab da vielleicht eine Idee. Jetzt. Aha. Aha. So, jetzt geh ich entweder rechts oder ich geh die Treppen. Ich geh die Treppen. Da war jetzt ein Pokéball. Sehr gut. Top Schutz. Oder soll ich doch lieber die Tür gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich geh bestimmt jetzt voll falsch. Aber egal. Schutz wirkt nicht mehr schön. Ach, hier bin ich doch rausgekommen. Dann geh ich jetzt diesmal hier lang. Das ist bestimmt eine Abkürzung. ein wildes Zubat erscheint. Flucht. So und so und so und so. Bin ich denn jetzt? Da komm ich nicht weiter. Na super. Wie soll ich denn zum Pokéball kommen? Das geht doch gar nicht. Wollen wir mich verarschen hier? Ich wusste ja schon von Anfang an, ich bin falsch gelaufen. Das war ja wieder mal sowas von klar. Ach, ich kann ja wieder rennen. Supi. Jetzt darf ich hier den ganzen Weg zurück latschen. Mit tausenden scheiß Pokémon. Ich nehme gleich wieder Top Schutz. Es ruckelt. Das ist nicht schön. Das sieht auf jeden Fall sehr nach Finale so aus. Finde ich jetzt so an. Persönlich. Das ist ja wahrscheinlich eins der letzten Rätsel sein wird. Das ist ja nicht so. Ich weiß es nicht genau. So, vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ernst wieder. Gott, Pokémon. Also jetzt Carpador oder das andere? Das andere war... Oh Gott. Eins von den beiden. Ich denke, das war... Das war hier diese Höhle. Ist bestimmt da. Oh, da die Höhle ist. Das untere blaue. Und da ist diese Villa. Also wird es da gewesen sein? Wo der... Nee, gar nicht. Das Grudon und das... Asios waren woanders. Aber ich gucke jetzt erstmal nach Carpador. Weil irgendwie habe ich ja so eine Ahnung. Carpador wird dich vernichten. Carpador wird dich vernichten. Dann war es hier auf jeden Fall schon mal nicht. Taboga fliegen. Ähm... Wo war das andere denn? Keiner da irgendwie nur... Nee. Hä? Ich habe gerade voll den... Ach ja. Wieso habe ich das jetzt schon wieder vergessen? War gar nicht so lange her, wo ich da war. Aber egal. Es geht los. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Schutz wirkt schon wieder neben mir. Ist völlig scheißegal. Aber ich weiß jetzt schon... Das wird eh nicht mit mir mitkommen. Und dann brauche ich... Bestimmt muss ich mir selber ein Carpador fangen. Damit der mit mir mitkommt. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Weil das ist eh so ein Scheiß. Weil die bestimmt wieder Poker spielen. Und dann... Ähm... Er will nicht mitkommen. Weil die Poker spielen. Und dann muss ich in Carpador holen. Ich sehe es jetzt. Ich sehe es schon kommen. Und kann nichts dagegen tun. Naja. Oder der Entwickler hat natürlich gesagt. Jeder denkt sich das jetzt. Und dann kommt das Arceus einfach mal so mit. Mal sehen. Hey, Arceus. Da ist so ein Bug. Oder Glitch. Oder Virus. Oder sonst was. Das uns alles zerstören wird. Kümmer dich mal darum. Ich bin ein Gott. Ich kann nicht gelöscht werden. Ich war... War ja so klar. Aber dieses Pokémon wird die gesamte Welt vernichten. Wenn ihr so ein Pokémon erschafft. Müsst ihr auch die Folgen ausbaden. Dann werde ich dich eben fangen. Dann musst du meinen Befehlen gehorchen. Ja. Versuch das mal. Hahaha. Hey. Mit dem Meisterball geht das ganz einfach. Nichts in diesem Spiel. Es ist nichts von Game Freak oder Nintendo. Hier kann man ein Gott nicht einfach so versklaven. Ja. So. Jetzt bewegt Ander und seinen Schwanz hoch und runter. Und seine Füße nach vorne und nach hinten. Na egal. Pass auf. Ich kenne deine Schwachstelle. Ich wusste es. Ich werde mit einem Carpador wiederkommen. Okay. Fluchtseil. Kann ich hier nicht fliegen? Scheiße. So. Und da ich das ja nicht alles schon wusste. Weil man das ja irgendwie schon erraten kann. Muss ich jetzt nochmal nach Sebla... Ja. Sebla City. Und mir das Carpador holen. Oder? Ich habe keine Angeln. Ne. Nicht, dass es mir bewusst wäre. Und darf sehr wahrscheinlich dann dort das Carpador mir ausborgen. Ich habe gar keinen Platz mehr im Team, oder? Doch. Keine Ahnung. Ist doch egal. So. Hoch da. Hoch. So. Fliegen. Doch. Ich habe noch Platz. Ne. Habe ich gar nicht. Sechs Burg. Fünf Burg. Ja doch. Einen Platz habe ich noch. Seeblatt City. Fette Song, ey. Geh mir aus dem Weg. Carpador wird dich vernichten. Nein, Carpador wird mitkommen und mir helfen. War ja klar. Oh, magst du etwa auch Carpador? Ja. Natürlich. Das sind unheimlich nützliche Pokémon. Ich mag deine Einstellung. Hier, ich schenke dir eins. Aber du musst versprechen, das nicht zu entwickeln. Ich erhalte Carpador. Hey, wieso steckst du das Carpador in deinen Beutel? Wer will denn bitte mit einem Carpador kämpfen? Das wie kann nichts. Deshalb hat es auch nichts in meinem Team zu suchen. Perfekt. Das ist jetzt noch genau ein Platz für Arceus frei. Nicht Karte. Fliegen. Was für eine Rumlauperei. Ich hoffe, es gibt irgendwie eine Abkürzung von der Siegestraße wieder zu dem Buchstaben-Pokémon da. Zum Missing Number. Damit ich da nicht die ganze Siegestraße nochmal durchlatschen muss. Dadadadam. Dadadam. Ja, nicht den Beutel aufrufen. Vor allem sind hier alles diese komischen Dinger da. Das ist Gewitter. Und immer wieder mit Pokémon-Blau-Grafiken. Oder Gelb. Oder Rot. Meinetwegen auch Grün. Wie man es nehmen will. Wie man es nehmen will. Was für ein Satz. So, und da bin ich wieder. So, jetzt bist du dran. Los, Kappador. Platscher. Ach, nicht schon wieder? Hey du, lass meinen Kumpel in Ruhe. Sonst mache ich die Säulen wieder kälter. Das ist mir völlig egal. Ich muss dort ja nicht wohnen. Na danke. Und mit wem soll ich jetzt pokern? Ach, ich habe es schon gefangen. Nimm das Kappador. Du gewinnst bestimmt. Da gewinnst du bestimmt. Was soll man das selbe? Habe ich das jetzt im Team oder ne? Yeah, Level 40 sogar. Wie cool. Was hat es denn für Attacken? Genesung, Urteilskraft, Heilung und Kosmikkraft. Außer Genesung kenne ich jetzt keine einzige Attacke davon. Weil wie gesagt, Platin und Diamant und... Wie hieß das dritte? Perl. Oder Perle. Habe ich nicht so gespielt. Außer einmal auf Englisch. Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Von daher kenne ich die Pokémon nicht. Genauso wenig wie Black and White. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal spielen. Aber in der Zukunft erstmal kein neues Pokémon. Vielleicht. Vielleicht kommt auch irgendwann mal Blau dran oder so. Gelb fand ich... Ach, ich sage so oft oder so oder nicht. Oder so. Nein, ich höre damit jetzt auf. Und ähm... Ah ja, schon zwölf Minuten. Verplappert. Ah, nein, nicht du fliegen. Fliegen. Nach. Oh, ich kann nicht abkürzen. Scheiße. Route 9. Ich heile meine Pokémon einfach einmal. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr was verbraucht habt. Aber eigentlich bin ich ja nur geflohen. Was sagen die anderen denn dazu? Wie ich diesen Kontrolleur umbringen könnte? Der lässt niemand ohne 8 Ohren durch. Kein Wunder, dass niemand die Top 4 schlagen kann. Okay, die interessiert uns anscheinend nicht. Aber ist ja auch scheißegal. Ich meine, unsere Welt wird nur zerstört. Das ist ja nichts Besonderes. Passiert ja jeden Tag im Videospiel. Passiert ja auch eigentlich. So, ich habe noch zwei Minuten. Bis dahin sollte ich es ja wohl durch die Siegestraße geschafft haben. Aber dann dauert das vielleicht zu lange. Scheiße. Mal schauen, wie ich es mache. Wie komme ich denn da nur hin? Ich darf wirklich überall... Hätte da nicht eine Explosion stattfinden können, dass diese komischen Dinger davon mal weg sind und ich sofort durchlaufen kann? Nein. Natürlich nicht. So und so und so und so und so und so und so. Scheiße, jetzt sage ich schon wieder und so und oder so. Mann. Mann. Und ich dachte nach irgendeiner Zeit, wenn mein Let's Player länger ist, hört das dann mal irgendwann auf. Er hat drauf geschissen hier. Ich bin immer noch so schlecht wie vorher. Unglaublich. Aber ich hoffe, euch gefällt mein Let's Play trotzdem. Und mal schauen, wie viele es denn jetzt zu diesem Part jetzt schon schauen. Bin ja mal gespannt. Schutz wirkt nicht mehr. Ah, da bin ich. War bitte... Nein, scheiße. Ich wollte doch noch Pause, Mann. Und das seht ihr, was es für attacken kann, seht ihr im nächsten Part. Also, bye, 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 bye. Bye. Ciao, ciao. Cliffhanger.